Da sind 3-4 Leute, die ich jetzt verfolge. Erster Kill mit der Schaufel. Für heute. Für heute. Für heute. Ich bin der Schaufel-Master-Teil. Ja, und zweiter Schaufel-Kill. Übrigens, bitte, gern geschehen. Der war direkt hinter dir. Nein, entschuldige. Danke. Wolltest du schon gehen? Unsere Seite liegt in Führung. Aua, ich hab Aua. Danke. Ich hab weniger Aua. Ich lebe noch. Ja. Jetzt stirb. Ja. Die Schaufel macht's, Leute. Die Schaufel macht's. 2-1-2-2-2-2-2-2. Ja, man achtet gar nicht so richtig. Wenn es anfängt zu blinken, dann kannst du es nicht vergessen. Und die Schaufel tötet wieder. Alter, ich liebe die Schaufel einfach. Du hast ihn umgelegt? Ja, der kommt auf mich zu, der Stummsor. Ich schieße ihn zweimal mit der Schrotflinte und dann kommt die Schaufel. Die Schaufel ist einfach geil. Für den direkten Nahkampf, ja. Demos, wir müssen halten, ja? Demos, guck mich an. Wir werden behalten. Bist du jetzt... Wie du mich anguckst? Wie du mich angeguckt hast? So mit großen weiten Augen. Wir? Meinst du wirklich wir beide? Ich hab mir Bomber gespürt. Wenn ich jeden Tag hatte. Ich bin der erste Termin und der Sniper. Ich hab mir den großen Teil, ich habe schon blieb, ich habe ihn wirklich geminnt. Ich bin der erste Termin und den Society habe. wie gut dass wir wie gut dass wir nicht in der verteidigung sind die doch in der verteidigung gerade niedergemetzelt werden da von mecken ja Un po' di munizio! Sprengsatz an Einsatzziel Albert, platziert. Sprengsatz an Einsatzziel Albert, platziert. Schaufel ist immer noch die beste Waffe. Sprengsatz an Einsatzziel Albert, platziert. Sprengsatz an Einsatzziel Albert, platziert. Nicht genug Skripsen. Demo ist hinter dir. Danke. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin gekommen. Diese Kiste hier überlebt auch wieder, glaube ich. Nein, nein, tust du nicht. Da musst du schon... Ich habe mich geopfert. Aua, 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 aua. Da ist unten ein Flammkläber. Die werfen die ganze Zeit unter Brandkanaten rein. Ich bin reingekommen. Versuch zu überleben. Draußen steht ein irgendwelchen Schruppchen. Die erkennen mich nicht als Gegner an. Das ist gerade ein Feind, die gerade einmal vorbei geraten. Ich helfe dir. Soll ich deine Wunden versorgen? Kann ich mir die Wunde mal ansehen? Wir haben Einsatzziele albern erobert. Ich pfleg dich zusammen. Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Bist du verletzt? Ich zieh mir die Wunde mal an. Erste Hilfe, greif zu. Wir haben Einsatzziele albern erobert. Du bist verletzt? Bist du verletzt? Ich zieh mir die Wunde mal an. Wir haben Einsatzziele albern erobert. Bist du verletzt? Ich zieh mir das an. Wir haben das Einsatzziele albert verloren. Ja. 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 Ich kann ja damit umgehen, wenn ich verliere, aber dass ich die ganze Zeit rundum so eine Scheiße schaue bin, fackst du sehr ab. Lass den Scheiß. Ich bin gerade zu angefüßt, um von hier zu erledigen zu werden. Ich dachte, lass den Scheiß. Ich dachte, lass den Scheiß. Ik dachte, lass den Scheiß. Ich dachte, lass den Scheiß. Lass die Scheiß. Vielen Dank.